Musik 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 Heute geht es in der Predigt um Glaube und Zweifel und jeder, der in seinem Leben als Christ, in seinem geistlichen Leben voranschreitet, so wie wir das in diesen verschiedenen Schuhpaaren gesehen haben, der wird unweigerlich auch mit diesem Thema zu tun haben, dass ab und zu nicht nur Glaube, sondern auch der Zweifel da ist. Mit dem Zweifel ist das ja so eine Sache, das kann manchmal so vor sich gehen und sich in unserem Leben ausbreiten, wie in der kleinen humorvollen Begebenheit. Da will ein Mann, der in seinem Haus wohnt, ein Bild an der Wand aufhängen. Einen Nagel hat er schon, aber er hat keinen Hammer. Da beschließt er und ihm fällt ein, also der Nachbar, der hat ja einen Hammer. Also beschließt unser Mann, hinüber zu gehen zum Nachbar und den Hammer auszuleihen. doch da bekommt er Zweifel. Was ist eigentlich, wenn der Nachbar mir den Hammer gar nicht ausleihen will? Komisch, gestern schon hat er mich nicht so richtig begrüßt, vielleicht war er auch in Eile, aber vielleicht hat er die Eile ja auch nur so vorgeschützt und er hatte etwas gegen mich. Was hat er denn gegen mich? Ich habe ihm doch gar nichts getan. Der bildet sich was ein, der Nachbar. Also, wenn mir jemand, wenn von mir jemand ein Werkzeug ausleihen würde, ich würde es ihm sofort geben. Warum gibt mir mein Nachbar eigentlich mein Werk, das Werkzeug nicht? Wie kann man einen Mitmenschen einfach so einen Gefallen ausschlagen? Also Leute wie der Kerl, die vergiften einem richtig das Leben. Und dann bildet der Nachbar sich auch noch ein, ich sei auf ihn angewiesen, bloß weil der einen Hammer hat. Also jetzt reicht es mir aber wirklich. Und so stürmt unser Mann hinüber, läutet an der Tür des Nachbarn und doch bevor der guten Morgen sagen kann, schreit ihn unser Mann an, sie können ihren blöden Hammer behalten, sie unverschämter, geiziger Fiesling. Also diese kleine Geschichte, die macht deutlich, dass manchmal aus einem kleinen Gedanken ein großes Gedankenmonster, ein Zweifel entstehen kann. Und manchmal geht es mit uns, mit unseren Gedanken, auch Gott gegenüber so. Glaube und Vertrauen geraten ins Wanken. Die Überschrift habe ich genannt, Glaube und Zweifel, was tun, wenn man Gott nicht mehr versteht. Wir meinen ja manchmal, dass Glaube und Zweifel, dass es zwei ganz verschiedene Welten sind. Wir meinen oft, dass man die Menschen auf dieser Welt, die kann man einfach so in zwei Lager einteilen. Auf der einen Seite, das sind die Glaubenden, die sind völlig von der Existenz und Gegenwart Gottes überzeugt und die haben nie ein Problem damit. Die können mit ihrem Glaube Berge versetzen. Und dann gibt es halt die anderen, die Zweifler, die, die nicht glauben. Also die neuen Atheisten, wie sie auch genannt werden, so wie zum Beispiel der Oxforder Biologe Richard Dawkins, der in seinem Buch Gotteswahn geschrieben hat, Gott ist die unangenehmste Person der Literaturgeschichte oder dieser Autor Dan Brown, der in einigen seiner Romanen, wie zum Beispiel in dem Roman Sakrileg versucht hat, den Christen die historische Grundlage zu entziehen. Aber ich meine, dass diese Unterscheidung, dieses Denken viel zu platt ist und nicht der Wirklichkeit unseres Lebens entspricht. Denn nicht nur Atheisten haben Zweifel, auch Glaubende haben manchmal Zweifel. Man hat zum Beispiel Billy Graham, den großen baptistischen Evangelisten und Prediger, inzwischen 99 Jahre ist er geworden und er lebt immer noch, den hat man vor einigen Jahren mal gefragt, ob Gott nach seinem Tod zu ihm sagen würde, gut gemacht, du guter und treuer Knecht, in diesem Gleichnis von Jesus, von den anvertrauten Talenten. Und als man Billy Graham das gefragt hat, Billy Graham, würden Sie sagen, dass Gott das zu ihm mal sagt, sie guter und treuer Knecht. Dann zögerte er lange und sagte nach einem überraschenden inneren Kampf, das hoffe ich. Martin Luther, der wurde einmal von einer älteren, von Zweifeln geplagten Dame um Hilfe gebeten. Er fragte sie, wenn du das Glaubensbekenntnis sprichst, glaubst du dann das, was du da betest? Die alte Dame, die zweifelt, ja, die sagt, natürlich, ich glaube das, was ich da bete. Dann gibt Martin Luther zur Antwort, dann geh in Frieden, denn dein Glaube ist stärker und besser als meiner. Menschen in der Bibel, die in der Bibel beschrieben werden, von denen lesen wir immer, dass sie nicht nur glauben, sondern manchmal auch Zweifel hatten. Und so ist eine der bekanntesten Personen im Neuen Testament der Bibel, davon wird berichtet, der war Johannes der Täufer und ich lese uns mal eine Episode aus seinem Leben, aus Matthäus 11, 2 bis 6. Ich lese zunächst mal nach der Neuen-Leben-Übersetzung und später gehen wir dann auf die Luther-Übersetzung über Matthäus 11. Johannes der Täufer, der damals im Gefängnis war, hörte von den Taten des Christus. Er schickte seine Jünger zu Jesus mit der Frage, bist du wirklich der, der kommen soll oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete ihnen, geht zurück zu Johannes und berichtet ihm, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden gesund, Taube hören, Tote werden zum Leben erweckt, und den Armen wird die gute Botschaft verkündet und sagt ihm weiter, Gott segnet die, die keinen Anstoß an mir nehmen. Was tun, wenn man Gott nicht mehr versteht? Vielleicht kennst du auch Situationen, in denen so ein Lebenstraum geplatzt ist und deine Vorstellung vom Leben sich nicht mehr erfüllt. Da kann es einem passieren, dass man nicht nur die Welt, sondern auch Gott nicht mehr versteht. Da wird einem Gott, an den man ja eigentlich glaubt, fremd. Und man fängt vielleicht an, ihm Vorwürfe zu machen, weil man Dinge nicht mehr zusammenkriegt im Kopf, dass so etwas passiert und dass man dann gleichzeitig glauben soll, dass Gott ein liebevoller, barmherziger und guter Gott ist, wie wir gerade lauthals gesungen haben, der meine Geschicke gut lenkt. Und die Anlässe sind vielfältig. Da ist vielleicht der Single in einer gläubigen Gemeinde, der jahrelang dafür betet, dass Gott ihm eine Lebenspartnerin schenkt und dann findet er tatsächlich einen Menschen und das scheint auch zu klappen und das scheint zu passen und nach kurzer Zeit zerbricht die Freundschaft und man fragt sich, warum Gott, warum ist das so passiert? Da ist der schwerkranke Freund, der in der Klinik liegt und man betet wochenlang intensiv um seine Heilung und er stirbt trotzdem. Gott, warum hast du nicht eingegriffen? Was haben unsere Gebete genützt? Da bewirbt sich ein Arbeitsloser auf eine Stelle, die ideal zu ihm passen würde und der ganze Hauskreis, die beten alle ganz intensiv dafür und er bekommt trotzdem eine Absage und da fängt der Zweifel an zu nagen. Glaube ich vielleicht an den falschen Gott? Stimmt das alles überhaupt? Du bereitest dich auf eine Prüfung vor, viele beten dafür, dass du dich konzentrieren kannst, dass alles gut gelingt und der Rahmen gut ist und dann verzögert sich das irgendwie oder du fällst durch die Prüfung durch und man versteht Gott in solchen Augenblicken nicht. Da ist ein junges Ehepaar, sie erwarten ein Kind, liebevoll richten sie das Kinderzimmer her, sie tapezieren die Wände, kaufen schon ein Laufställchen und Spielzeug, der Vater baut eine tolle Wiege, die Großeltern kaufen einen Kinderwagen und dann kommt es zu einer Fehlgeburt. Gott, warum lässt du das zu? Ein anderes Ehepaar hat sich vorgenommen, wenn wir in ein paar Jahren beide Rentner sind. Dann werden wir uns einen Lebenstraum erfüllen, eine große Kreuzfahrt machen oder irgendetwas anderes. Doch mit Ende 50 erkrankt die Frau überraschend an Krebs, fortgeschrittenes Stadium, zwei Jahre später stirbt sie. Gott, ich verstehe dich nicht. Ich denke an ein Ehepaar aus unserer Gemeinde, deren gemeinsame Leidenschaft die Ausnahmsmission war und ist. Sie bereiten sich vor, besuchen Fortbildungen, Schulungen, sie lassen sich impfen, haben beide den idealen Beruf der Krankenschwester, Krankenpfleger gelernt. Sie reisen endlich aus in ein Land in Westafrika, arbeiten dort mit in der medizinischen Versorgung der Bevölkerung. Doch dann tritt bei der Frau eine dauerhafte Erkrankung auf, medizinische Komplikationen treten auf. Ein weiterer Aufenthalt in Afrika ist dauerhaft nicht möglich. Sie sind gezwungen, zurückzukehren nach Deutschland. Warum, Gott, machst du das so? Wie geht es denn mit dem zerplatzten Traum dem Mann aus unserer Gemeinde, der vor einiger Zeit seine Frau an Krebs verloren hat oder umgekehrt, wo die Frau als Witwe jetzt alleine ist und der Mann an Krebs gestorben ist. Sie sind beide intensiv gläubig und haben beide ihre Hoffnung auf Gott gesetzt. Was macht denn der christliche Pastor, den seine Frau verlassen hat, der zuerst nicht mehr wusste, ob er weiter seinen Gemeindedienst ausüben kann, dem die Grundlage unter dem Boden weggezogen ist, unter den Füßen? Oder der andere christliche Pastor, der viel Liebe und Leidenschaft in seinen Pastorendienst, in die Teenager- und Jugendarbeit und Freizeiten investiert hat und dessen eigenes sechsjähriges Kind an einem Gehirntumor stirbt und er sich verzweifelt fragt, warum lässt Gott das zu? Warum ist mein Lebenstraum zerplatzt? Warum werden die Gebete nicht erhört? Und vielleicht ist da der Christ, der sich fragt, warum habe ausgerechnet ich so einen schwierigen Ehepartner geheiratet? Warum habe ich erleben müssen, dass ausgerechnet meine Ehe in die Brüche gegangen ist? Warum muss ausgerechnet ich erleben, dass ich nicht befördert werde und ich komme nicht weiter in meinem Beruf? Ich sage euch zunächst mal, warum wir Gottesdienste wie diese nicht feiern. Wir feiern hier nicht Gottesdienste und wir sind auch deshalb nicht Gemeinde, um jemanden mit dem schillernden Versprechen zu ködern, werde Christ und schlagartig lösen sich alle deine Probleme. Komm zu Jesus und schlagartig hast du auf alle deine Fragen eine Antwort. Wir sind hier nicht, um zu predigen, glaub an Jesus und alle deine Probleme sind weg und alles wird leichter. Versteht mich nicht falsch. Vieles wird leichter. Und Jesus, wir haben es letzte Woche gehört, trägt ja mit unser Joch des Lebens, aber eben nicht alles. Das wäre nicht richtig und nicht feierend, das entspricht auch nicht dem, was Jesus Christus selber den Menschen gesagt hat. Wer mir nachfolgen will, der darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern er nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Wer sich an sein Leben klammert, hat, der wird es verlieren. Aber wer sein Leben für mich einsetzt, der wird es für immer gewinnen. Jesus hat nie verschwiegen, dass der Glaube an ihn zu Zeiten auch einen hohen Preis kosten kann, aber dass er sich trotzdem unter allen Umständen lohnt und dass das der beste Weg ist. Wir feiern diese Gottesdienste und wir sind hier Gemeinde, um euch zu sagen, in der Geschichte mit Gott wirst du am Ende Schöneres erleben, als du dir hier in allen Träumen vorgestellt hast. Deine Geschichte mit Gott, wenn du sie mit Gott zu Ende gehst, hat auf jeden Fall ein Happy End. Aber die Frage heute, die lautet, was ist und was tun, wenn man Gott nicht mehr versteht? Was ist, wenn ich als Christ von starken Zweifeln erdrückt werde, wenn ich keine Antworten finde auf meine Fragen? Nicht, dass wir deswegen gleich alle Atheisten werden, wenn mal sowas kommt. Nein, natürlich glauben wir, dass es Gott irgendwie gibt. Aber es geschehen manchmal Dinge, die passen mit der eigenen Vorstellung von Gott nicht zusammen und man beginnt zu grübeln und zu zweifeln. Und jetzt kommen wir auf unseren Predigtext, den wir gerade gelesen haben. In dem Text wird berichtet über jemanden, dem es ganz genauso ging. Und es handelt sich um eine Person, eine der bekanntesten Personen im Neuen Testament der Bibel. Es geht um Johannes den Täufer. Johannes der Täufer, kurz so viel, der hat sein Leben für Gott eingesetzt. Er hat das ganze Volk zur Buße aufgerufen und tausende Menschen sind ihm gefolgt zur Taufe in den Jordan, am Jordan. Er hat die Menschen auf die Ankunft des Messias vorbereitet, so wie es im Alten Testament von ihm prophezeit wurde. Und dafür kam er ins Gefängnis. So lesen wir das hier. Das ist die Geschichte, die wir hier lesen, Matthäus 11. Und der, den er für den Messias hielt, der kam leider nicht, um ihn da rauszuholen. Er hatte mutig dem amtierenden Regierungschef, dem König Herodes, gesagt, Herodes, du lebst in Ehebruch. Du hast eine Frau an deiner Seite, mit der du lebst, die hast du einem anderen ausgespannt. Und das ist nicht in Ordnung vor Gott. Und dann hat der Regierungschef ihn einfach ins Gefängnis gesetzt, nur weil er die Wahrheit gesagt hat. Und was Johannes von diesem Jesus und von Nazareth jetzt so hörte, das reimte sich für ihn nicht so richtig zusammen. Im Alten Testament heißt es ja, bereitet dem Herrn den Weg, denn siehe, er kommt gewaltig. Und Johannes hat den Weg für den Messias vorbereitet. Aber dieser Herr, der kam irgendwie gar nicht so gewaltig, wie er sich das vorgestellt hatte. Er hatte den Messias verkündigt, als einen, der die Spreu vom Weizen trennt, der die Tenne fegt und die Spreu mit unauslöschlichem Feuer verbrennt. Aber dieser Jesus-Messias, der war so anders, als er erwartet hatte. Und als ihm langsam Zweifel kamen, ob er denn an den Richtigen glaubt, ob er denn wirklich der Messias ist, wenn ausgerechnet Jesus der Messias sein sollte, dann verstand Johannes Gott ihn nicht so richtig. Ich denke, auch unter uns sind heute Morgen einige Leute, die Gott nicht richtig verstehen und die an dem Gott der Bibel zweifeln. Weil da eben einige Dinge in ihrem Leben passiert sind oder weil da eben einige Dinge in ihrem Leben nicht passiert sind, die mit dem Glauben an einen allmächtigen und liebenden Gott nicht zusammenzupassen scheinen. Ich möchte heute Morgen ein paar Dinge von Johannes dem Täufer lernen und wie wir mit Zweifeln umgehen können. Ein paar Tipps, wie man sich verhalten kann, wenn man Gott nicht mehr versteht. Drei Tipps. Der erste Tipp heißt, wende dich an Gott selbst. Es heißt hier in Versen 2 bis 3 in Matthäus 11, als aber Johannes im Gefängnis von den Werken Christi hörte, sandte er seine Jünger und ließ ihn, also Jesus, fragen, bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Damals vor 2000 Jahren, da haben die Juden ja darauf gewartet, erwartet, dass der Messias kommt. Und in diese Erwartungen hinein kam jetzt Jesus, der zog umher, er predigte, er heilte viele Menschen und das führte zu vielen Diskussionen im Volk. Ist jetzt dieser Jesus der Messias? Die wussten ja damals nicht, was wir heute wissen. Ist der das jetzt? Oder ist der es nicht? Glauben wir das Richtige, wenn wir an diesen Jesus glauben? Und das ist heute ja gar nicht anders. Alle in der Gemeinde, alle im Hauskreis, die scheinen immer nur davon zu erzählen, dass Jesus ihre Probleme löst. Aber selber erlebt man das manchmal gar nicht so. Machen sich die Christen vielleicht alle etwas vor und das wahre Leben findet vielleicht ganz woanders statt? Christen glauben ja zum Beispiel, dass Jesus bald wiederkommt. Die Wiederkunft Jesu, die wird überall in der Bibel beschrieben und das lässt manche ganz schön in Zweifel kommen. Seit 2000 Jahren warten die Christen jetzt schon darauf und er ist immer noch nicht da. Wo bleibt er denn? Und er weiß, vielleicht sollte ich mich doch mal mit dem Buddhismus beschäftigen oder mal was Esoterisches lesen oder der Islam hat vielleicht doch recht oder die Atheisten. Jesus, bist du wirklich der, der kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Das waren die Zweifel von Johannes dem Täufer. Und Zweifel, wisst ihr, die können ganz schön hartnäckig sein und die können einen kaputt machen. Und Johannes, der macht das einzig Richtige, das ist das Erste, was wir aus dieser Geschichte lernen können, er wendet sich mit seinem Zweifel an den Bezweifelten selbst. Er geht mit seinem Zweifel zu Jesus und Jesus direkt zu fragen, das heißt heute, zu ihm beten, also mit ihm reden. Und wenn dir etwas passiert, was dein Glauben ins Wanken bringt, dann ist es das Beste, was du machen kannst, dass du all deine Zweifel Jesus erzählst. Die Psalmen zum Beispiel sind jetzt ein großes Vorbild. Das ist ja das Gebet und Liederbuch der Bibel. Psalm 62, Vers 9, da heißt es, schüttet euer Herz vor ihm aus. Schüttet dein Herz vor Gott, vor Jesus aus. Wir können das richtig rauslassen, was uns belastet und auch klagen und weinen, das ist ganz egal. Schüttet dein Herz vor ihm aus und sage es ihm einfach ganz direkt, wenn du ihn nicht mehr verstehst, mit dem, was in deinem Leben passiert oder nicht passiert. Und wenn es manchmal so ist, dass du selbst gar keine Kraft mehr hast zu beten, ich weiß nicht, ob es euch so geht, mir geht es manchmal so, und dass irgendwie kein Vertrauen mehr da ist, dann kannst du es auch so machen wie Johannes, der ja selbst auch nicht mehr zu Jesus kommen konnte. Warum? Weil er im Gefängnis war. Er war sozusagen gefangen und deswegen hat er seine Freunde zu Jesus geschickt. Und ich möchte das mal so als übertragenes Gleichnis auslegen. Johannes, der war im Gefängnis und er war vielleicht nicht nur äußerlich gefangen, vielleicht war er auch innerlich gefangen, in den Mauern des Zweifels, des Unverstehens, gefangen in den Mauern der Vorwürfe gegen Gott. Er war eingeschlossen in den Turm seiner Glaubenskrise, dass er gar nicht mehr selbst direkt zu Jesus kommen konnte. Und so geht es uns ja auch manchmal. Und was macht Johannes? Er schickt seine Freunde, seine Jünger, die zu ihm Zugang hatten, die schickt er jetzt zu Jesus. Er selbst kann nicht mehr mit Jesus reden, aber seine Freunde, die tun es an seiner Stelle. Und wenn du dich in deinen Zweifeln vergräbst und vielleicht gar nicht mehr beten kannst, dann schick doch wenigstens deine Freunde zu Jesus. Und dass sie deine Fragen vor ihm bringen, lass andere an deiner Stelle für dich beten. Vielleicht die Mitglieder in deinem Hauskreis. Und wenn du noch keinen Hauskreis hast, dann such dir schleunigst ein, möglichst ab nächste Woche. Sonst bist du alleine. Du hast dann keine Freunde, die du zu Jesus schicken kannst vielleicht. Lass andere an deiner Stelle für dich beten und sag ihnen, dass es sich bewegt. Und das können wir von Johannes dem Täufer lernen. Er hat sich nicht in seine Zweifel vergräbt und sich darin gefällt. Oh, ich zweifle, mir geht es so schlecht. Sondern dass er wirklich eine Lösung möchte, weil er selbst nicht mehr weiter weiß, dann schickt er seine Freunde zu Jesus. Und wie gut, wenn man als Zweifler nicht alleine bleibt in seinem Zweifel. Wie gut, dass ein christlicher Ehemann seine christliche Ehefrau hat und umgekehrt. Wie gut ist es, wenn es so sein kann in einer Ehe zwischen zwei Gläubigen. Und wie gut, dass wir uns auch als Gemeinde, als Jugendkreis, als Hauskreis gegenseitig in Glaubenskrisen tragen können. Ein einzelner Christ ist für den Widersacher eine leichte Beute, eine viel leichtere Beute als gemeinsam. Johannes wendet sich also an Jesus indirekt über seine Freunde, sucht er die Antwort bei dem, der ihm alleine die Antwort geben kann. Und wenn du Zweifel hast, dann sag Jesus, deine Zweifel ihm selbst. Und er wird dir antworten. Vielleicht wird dir seine Antwort nicht sofort gefallen, aber er wird dir antworten. Johannes jedenfalls hat er geantwortet und das ist jetzt mein zweiter Punkt. Zweitens, halte dich an Erfahrungen anderer fest. In Versen 4 und 5 heißt es so, Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht. Was ihr hört und seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und den Armen wird das Evangelium gepredigt. Hier ist interessant, hier gibt also Jesus den Freunden von Johannes einen Auftrag. geht hin und sagt es Johannes dem Zweifler. Sagt ihm, was ihr seht und hört, was ihr erlebt habt. Das ist interessant, die, die nicht zweifeln und die für ihren zweifelnden Freund zu Jesus gekommen waren, die haben jetzt also eine Verantwortung. Die haben im Hauskreis in der Gemeinde eine Verantwortung füreinander. Sie haben die Verantwortung dem Zweifler, das weiterzugeben, was sie mit Gott erfahren, was sie hören. Man könnte vielleicht so sagen, wenn du jemandem helfen möchtest, der in einer Glaubenskrise steckt, der zweifelt, dann erzähl ihm, was du von Jesus hörst. Erzähl ihm, wo du Jesus wirken siehst und Jesus spricht auch heute noch vielfältig in unser Leben hinein. Man kann auch heute noch sehen, wie er an Menschen handelt und wenn ich selbst nichts mehr mit Jesus erlebe, dann kann ich mich daran festhalten, was andere Menschen mit Jesus erleben, wo Gott in anderen Leben wirkt und eines Tages auch bei mir. Vielleicht kannst du dich auch an Dingen festhalten, die Jesus auch in deinem Leben in der Vergangenheit getan hat. Es war ja nicht zu allen Zeiten so, dass es dir vielleicht schlecht ging und du in einer Glaubenskrise warst, sondern dass du auch in deinem Leben schon erlebt hast, dass Jesus in deinem Leben gewirkt hat. Dann halte dich daran fest und wenn dir gar nichts mehr einfällt, dann halte dich einfach an dem geschriebenen Wort der Bibel fest, denn Jesus ist damals auf die Welt gekommen und Blinde haben gesehen, Lahme konnten gehen, Taube konnten wieder hören und ahm wurde das Evangelium gepredigt. Und wenn man selbst im Gefängnis des Zweifels sitzt, dann hilft es manchmal nur noch, sich gegen alle Gefühle an dem festzuhalten, was im gültigen Gotteswort der Bibel geschrieben steht. Das scheint Jesus zunächst mal so zu meinen, wenn man auf den ersten Blick in diesen Text schaut und das ist auch richtig so. Jesus zählt also die ganzen Wunder auf und die sollen Johannes zunächst mal überzeugen, dass Jesus der Messias ist. Aber jetzt schauen wir noch mal ein bisschen tiefer, wir graben noch mal ein bisschen tiefer. Ich denke, das ist nur ein Teil dessen, was Jesus hier meint. Ich habe mich gefragt, warum benutzt Jesus genau diese Formulierung? Also Blinde sehen, Lahme gehen, Taube hören, Aussätzige werden rein und arm wird das Evangelium gepredigt. Wir müssen uns jetzt mal in die Lage von Johannes dem Täufer hineinversetzen. Er fragt ja, bist du, der da kommen soll? Das heißt, Johannes wusste aus den Schriften im Alten Testament, da wird jemand verheißen, versprochen, da soll der Messias kommen. So wie wir heute auf die Wiederkunft von Jesus warten, so wartete Johannes damals auf die erste Ankunft des Messias. Und wie diese Ankunft aussehen sollte, das wurde in den Schriften des Alten Testaments beschrieben. Und Johannes kannte sich ja aus im Alten Testament und so findet man zum Beispiel im Propheten Jesaja, wo besonders viele dieser Angaben und dieser Kriterien sind, folgendes. Jesaja 29, Vers 18. Zum Beispiel. Zu der Zeit werden die Tauben hören, die Worte des Buches, und die Augen der Blinden werden aus Dunkel und Finsternis sehen. Die Elenden werden wieder Freude haben am Herrn und die Armen unter den Menschen werden fröhlich sein in dem heiligen Israels. Dann noch Vers 20. Und es wird ein Ende haben mit den Tyrannen und mit den Spöttern aus sein und es werden vertilgt, alle, die darauf aus sind, Unheil anzurichten. Das findet also Johannes, der sich im Alten Testament auskennt, über den Messias geschrieben. Und er fragt, Jesus, bist du der, der da kommen soll? Und wir fragen, hat sich das jetzt in Jesus erfüllt? Ja, irgendwie, zum Teil schon. Denn damals war es so und heute auch manchmal noch, taube Menschen hören wieder, Blinde sehen, Arme haben sich gefreut. Aber was ist denn hier mit diesem letzten Teil? Vers 20. Die Tyrannen sollen vernichtet werden, die sollen beseitigt werden, die spotten über den Glauben, die sollen vertilgt werden? Da haben doch sogar noch Leute unter dem Kreuz von Jesus gespottet. Und Jesus hat die gar nicht vertilgt. Wie kommt denn das? Und so gibt es jetzt mehrere Stellen im Alten Testament, wenn wir die messianischen Verheißungen lesen, die genau das Gleiche sagen. Wenn der Messias kommt, dann werden Heilungen geschehen und Wunder und große Taten. Menschen kommen zum Glauben und die Bösen werden ausgerottet. Und für einen Kenner der biblischen Schriften des Alten Testaments, und Johannes war so jemand, der sich gut auskannte, hatte Jesus ein entscheidendes Manko. Da fehlte nämlich etwas. Wenn dieser Jesus wirklich der Messias sein sollte, dann brachte er eben nicht den Tag der Vergeltung. Also Jesus fehlte diese eine Sache. Er brachte nicht den Tag der Vergeltung. Und Jesus machte auch kein Ende mit den Tyrannen und den Spöttern und den König Herodes, der ihn ins Gefängnis geschmissen hat. Seltsamerweise ließ Jesus die Römer auch Römer sein. Er forderte sogar dazu auf, dem heidnischen Kaiser in Rom das zu geben, was ihm zusteht. Passt das jetzt irgendwie mit dem Alten Testament zusammen? Und deswegen fragt Johannes, bist du der, der da kommen soll? Glauben wir das Richtige, wenn wir an dich glauben? War Jesus von Nazareth wirklich die entscheidende Person der Weltgeschichte oder sollen wir an jemand anders, auf jemand anders warten? Sollen wir an jemand anders glauben? Johannes wartete auf den Messias und er kannte sich im Alten Testament aus. Und wenn er jetzt Jesus sah, war er verwirrt. Auf der einen Seite schien Jesus die Verheißung ganz genau zu erfüllen, genauso wie es da steht. Die Heilungswunder wurden von vielen Menschen bezeugt und die Predigt und so weiter. Aber zum Messias sein gehört doch auch dazu, dass die Feinde von Gott, dass sie endlich vernichtet werden. Und ich denke, genau das war das Problem von Johannes. Und von daher kann ich mir vorstellen, dass die Antwort, die Jesus ihm gab, ihm vielleicht nicht in allem eine große Hilfe war. Dass Jesus Heilungswunder vollbringt, das hat er ja auch schon vorher gehört. Aber ihm ging es doch gerade darum, was Jesus gerade nicht tat, nämlich wie er das mit seiner Messiaserwartung zusammenkriegen sollte. Kann Jesus wirklich der Messias sein, wenn er die Bösen nicht vernichtet? Kann Gott wirklich gut sein, denken wir, wenn er nicht doch allen Problemen in unserem Leben endlich ein Ende macht? Wenn er alle Feinde aus unserem Leben rausnimmt und er endlich auf unserer Seite ist, so wie wir das auch oft singen in den Liedern. Und auf diese Frage antwortet Jesus mit einem Satz. Und das ist jetzt mein dritter und letzter Punkt. Im Vers 6 heißt es, und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Mein dritter Punkt heißt, lass Gott Gott sein. Selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Andere übersetzen Neues Leben, Übersetzung sagt zum Beispiel, Gott segnet die, die keinen Anstoß an mir nehmen. Die Gute Nachricht Bibel sagt, freuen darf sich, wer nicht an mir irre wird. Freuen darf sich, wer nicht an mir irre wird. Oder könnte sagen, glücklich ist, wer nicht an mir zweifelt oder dem wird es gut gehen, der sich nicht daran aufreibt, dass ich so bin, wie ich bin. Darin liegt auch ein Trost. Johannes, Jesus wusste, was den Johannes beschäftigt. Und er hätte ihm jetzt eine seitenlange, theologische, alttestamentlich fundierte Erörterung schicken können, wie es denn sein kann, dass Jesus als Messias zweimal kommen muss. Wir wissen das heute, aber Johannes wusste das damals nicht. Einmal kommt er als Retter, um die Sünden der Menschheit auf sich zu nehmen in seinem Tod am Kreuz. Und dann später erst, darauf warten wir ja auch noch, ein zweites Mal wird er kommen, wo es dann wirklich um das Gericht über jeden Menschen geht und auch über die Tyrannen in der Welt und die dann endgültig in die Gottesferne verbannt werden. Wir wissen das heute, aber Johannes wusste das damals nicht und Jesus erklärt es ihm auch nicht, weil er merkte, dass das gar nicht das tiefste Problem des Johannes ist. Die Zweifel des Johannes, das war kein Kopfproblem, es war ein Herzensproblem. Er fühlt sich verlassen, er fühlt sich von Gott nicht richtig beachtet und deswegen sagt Jesus einfach, Johannes, ärgere dich nicht an mir, vertraue mir einfach trotzdem, reib dich nicht auf an dieser Frage und pass auf, dass dich dieser Zweifel nicht kaputt macht. Du kannst an mich glauben, auch wenn du nicht alle Antworten kennst und das ist der Weg zur Seligkeit. Und ich weiß nicht, wieso wir Christen und seit 2000 Jahren immer wieder darauf warten, dass Jesus eines Tages wiederkommt und man könnte sich jetzt darüber ärgern, dass sich das so lange hinzieht. Man kann sogar darüber in Zweifel kommen und irre daran werden, aber es hilft nichts. Jesus ist anders, als wenn wir uns unseren Wunschgott basteln würden. Die Bibel und auch unsere Alltagserfahrung stellen unsere Vorstellung von Gott immer wieder in Frage und manchmal müssen wir uns einfach anstelle einer intellektuellen Antwort mit dem, was die Bibel uns gibt, zufrieden geben und darüber aber auch zur Ruhe kommen. In Jesaja 55, Vers 8, das ist mein letzter Vers, den ich hier anwerfe, da heißt es, sagt Gott, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege, sondern meine Wege und meine Gedanken sind viel höher als eure. Und ihr werdet es sehen, es wird zu einem guten Ende führen. Lassen wir Gott Gott sein und ärgern uns nicht über die Dinge, die wir nicht verstehen. Ich schließe diese Predigt mit einer kleinen Geschichte aus einer Familie. Da ist ein dreijähriges Mädchen, die sitzt am Mittagstisch mit ihrem jüngeren Bruder und Papa und Mama. Der Papa versucht, den jüngeren Bruder verzweifelt mit Spinat zu füttern und anschließend spuckt der kleine Bruder eine ordentliche Portion Spinat auf den handgeknüpften Teppich. Das Mädchen beugt sich zu dem Fleck hinunter und bedauert zutiefst, oh, der schöne Spinat. Manchmal sieht vielleicht aus Gottes Perspektive auch alles ganz anders aus, während wir uns über den Fleck in unserem Lebensteppich Gedanken machen und fragen, wie Gott das zulassen kann, macht er sich vielleicht ganz andere Gedanken. Ob du jemals gesund wirst in diesem irdischen Leben, das wissen wir nicht. Ob du jemals einen Ehepartner findest, das wissen wir nicht. Ob das kinderlose Ehepaar jemals ein Kind bekommen kann, das wissen wir nicht. Vielleicht müssen wir weiter durch schwere Zeiten gehen, aber wir werden nur Frieden finden, wenn wir dennoch an Gott festhalten, der mit uns das Joch trägt und mit uns durch das dunkle Tal geht, Psalm 23. Und ob ich schon wanderte im dunklen Tal der Todesschatten, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Jesus kam damals, vor 2000 Jahren, anders als gedacht, als Kind in einem dreckigen Stall in Armut. Er hat nicht gleich alle Probleme gelöst, aber er war da bei den Menschen, die ihn am nötigsten brauchten und das ist er bis heute. Glaube und Zweifel, was tun, wenn wir Gott nicht mehr verstehen. Johannes, am Johannes haben wir gesehen, er hatte eine Glaubenskrise und er hat das einzig Richtige gemacht. Er hat seine Zweifel zu Jesus selber gebracht oder er hat seine Freunde informiert und die haben die dann zu Jesus gebracht. Und dann hat Jesus dem Johannes zwei Dinge geantwortet. Halte dich an den Erfahrungen von anderen fest, halte dich an Erfahrungen fest, die du in deiner Vergangenheit gemacht hast und halte dich an dem fest, was in der Bibel geschrieben steht. Das ist Gottes gültiges Wort. Und Jesus hat ihm auch noch geantwortet, lass Gott Gott sein. Ärgere dich nicht an mir, vertraue mir weiter und du wirst sehen, ich werde dich da durchtragen. Wir werden jetzt gemeinsam ein Lied miteinander singen, das heißt, du allein kennst meine Gedanken. Und da wird das zum Ausdruck gebracht, du allein kennst Zweifel und Sorgen. Lass uns dieses Lied ganz bewusst im Gebet auch singen und dass Gott noch einmal so diese Worte, die er gesagt hat, in unserem Herzen bewegen kann. Amen. Er ist alles... Scheiße. Ente wird dieses Lied an, wie er ist, wird eroo Sie glaubt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017